Trotzdem, jetzt nochmal ganz herzlichen Dank, natürlich in first place an Susanne, der ich sehr auch verdanke, dass ich hier bin und nicht minder natürlich an Anja und auch an Martin. Vielen Dank, dass ich jetzt hier in Köln sein darf und bei den Auerbachs für das Semester Unterschlupf gefunden habe. Ich finde das wahnsinnig schön, ganz einfach. Und ja, ich freue mich jetzt hier heute Abend so einen Ausschnitt aus unserem Projekt, teilweise natürlich auch mit Bezug, so hat Susanne es gerade gesagt, auf meine Habil, die sich eben stärker historisch auf das Indiz bezogen hat. Und ich versuche jetzt sozusagen ein bisschen eine Kombination aus Historicität und Semiotik-Theorie vom Indiz heute Abend zu präsentieren und habe dann aber auch noch ein bisschen Literatur im Rucksack. Also triviale Wahrheitsprozeduren, Indizien zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit. Das Lesen und Deuten von Indizien als Anzeichen ist eine alltägliche Orientierungstechnik. Es ist aber gleichermaßen eine epistemische Methode. Also alltägliche Orientierungstechnik und epistemische Methode. Zeichen und Spurenlesen als Grundlage unseres Wissens über unsere Lebenswelt stützt sich dabei ebenso auf den geschulten Blick, unseren Instinkt und gesunden Menschenverstand auf tacit oder embodied knowledge wie auf wissenschaftliche Methoden. Das Indizien-Paradema setzt sich zusammen aus Hard Facts und Soft Skills zu einer, wie Ginzburg es einmal genannt hat, elastischen Härte. Indizien können flüchtig sein, sodass erst Abbild, Abdruck oder Abguss, Film und Tonaufnahmen und nicht zuletzt die Schrift als Informationsträger dienen, um den dauerhaften Nachvollzug und die Möglichkeit der Konservierung zu erlauben. Indizien werden, so meine im Folgenden auszuführende These, in diesen epistemischen Prozessen des Anzeichenlesens simulogisch allererst hergestellt, indem sie als solche überhaupt taxiert und referenzialisiert werden. Erst in diesem Zusammenspiel in lexikalischer Verfahren entsteht Evidenz, um plausible Zusammenhänge stiften, kritisch prüfen und diese letztlich als überzeugende Geschichte erzählen zu können. Indizien, das möchte ich im Folgenden ausführen, fungieren als eine Art Allegorie des Verweisens. Was ich darunter verstehe und wie sich am Begriff des Indizes auch historisch, Recht, Semiotik und Literatur verschränken, werde ich in meinem Vortrag in drei Schritten zeigen. Im ersten Teil wird es um die vor allem rechtshistorie und rechtsphilosophische Diskussion von Indizien im 18. Jahrhundert gehen, die eben einen relevanten Paradigmenwechsel im Wissensdiskurs generell grundiert. In einem zweiten, etwas längeren Teil diskutiere ich die Eigenzeitlichkeit von Indizien mit Blick auf ihren referenzialisierenden Status als Anzeichen. Und im dritten Schritt werde ich anhand eines literarischen Beispiels versuchen, Ihnen dann dieses Zusammenspiel von Punkt 1 und Punkt 2, also von Rechtsgeschichte und Zeichennatur des Indiz, dann nochmal anschaulich vorzuführen. Dann wird es gewissermaßen schön. Das müssen wir vorher erstmal durch die Theorie durch. Und deshalb beginne ich mit Punkt 1, also Indizien um 1800. Als materiale Spuren und dingliche Hinweise, aber auch als immateriale Verweise und Anzeigen werden Indizien um 1800 gehandelt. Unter der Ägide einer aufgeklärten Strafrechtsreform werden Indizien als neutrale Fakten und objektive Tatsachen gegen die von Natur aus unzuverlässige menschliche Konstitution argumentativ in Anschlag gebracht. Denn Menschen irren als Zeugen oder lügen als Geständige. Neutrale Fakten hingegen lügen nicht, sondern zeigen, Stichwort Evidencia, den eigentlichen Sachverhalt aus, so zumindest lautet das Versprechen, das den Indizien inne wohnt. Zur Erkenntnis über das Indiz als eben nur anzeigendes, führt der Weg allerdings stets über den Denkschluss. Und das heißt, ein Schluss nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit. Wie es zeitgenössisch die Reformjuristen, glaube ich, Huster formulieren. Das ist das erste Zitat hier auf der Folie. Nach unserem Begriff ist ein Indizium jeder Umstand, von welchem sich ein Schluss nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit auf das begangene Verbrechen oder den Täter machen lässt. Was nun ist das Besondere daran? Allgemein kommt es im ausgehenden 18. Jahrhundert in allen deutschsprachigen Ländern zu weitgehenden Umstrukturierungen in der Gesetzgebung und Gesetzesausübung. Bemerkenswerte Veränderungen stellen dabei die Abschaffung der Folter dar und im Gegenzug die Aufwertung von bisher nicht privilegierten Formen der Beweiswürdigung und das heißt vor allem von Indizien. Die, und das ist das ebenso revolutionäre wie umstrittene an den Indizien, Indizien ersetzen gewissermaßen die eine Wahrheit, auf die man bislang gesetzt hat, durch Wahrscheinlichkeiten und machen damit den Raum der Möglichkeiten quasi gesetzesfähig. Im Strafrecht der frühen Neuzeit, der Carolina, können Indizien nicht zur Verurteilung führen. Notwendig für ein rechtskräftiges Urteil ist der sogenannte volle Beweis, plena probatio, worunter eben das Geständnis des Täters vor Gericht oder die Aussage zweier Tatzeugen zu verstehen ist. Gerade Letzteres erweist sich oftmals als schwer zu erfüllende Voraussetzung und behindert den Gang der strafprozessrechtlichen Praxis mitunter schwer, denn ohne einen solchen Vollbeweis erging gar kein Urteil. Die Auswertung der Indizien regelt in der Carolina eigentlich lediglich die Art und Anwendung der Folter. Und die Folter diente nun mal zur Erpressung des unerlässlichen Geständnisses. Das ist der berühmte Artikel 22 in der Carolina, der eben da lautet, dass auf Anzeigung, das bedeutet eben Indizien, im Sprech, im neuzeitlichen Sprech, dass auf Anzeigung einer Missetat allein peinlich fragt und nicht ander peinlich straft, sollt erkennet werden. Im Zuge der gesellschaftlichen Neuordnung und ökonomischen Umbewertung des Inquisitionsprozesses wird 1740 erstmals in Preußen die Folter abgeschafft. Nach der Abschaffung der Folter allerdings klafft in der Strafprozessordnung durch die damit verabschiedete Inquisitionspraxis eine Rechtslücke. Diese Lücke könnte lediglich über die Zulassung einer Verurteilung aufgrund von Indizien nun geschlossen werden. Damit steht aber eine dringende Einigung über die Rechtsnatur von Indizien an, die in der Carolina ja nur zur Entscheidung über Folter, ja oder nein, nicht aber eben zu einem Urteil führen durfte. Mit der Abschaffung der Folter gab es nun juridisch zwar immer noch die Indizien, aber nichts mehr, was aus ihnen folgte. Gleichzeitig blieben Folter, ja, blieben ohne die Folter eben die Geständnisse aus und das Urteil wurde damit unmöglich. Es ergibt sich also eine Paz-Situation. Die Abschaffung der Folter erzeugt den Mangel an Geständnissen. Dadurch können keine Urteile gesprochen werden. Zugleich hält man aber an dem Grundsatz fest, dass aufgrund von Indizien niemand verurteilt werden dürfe. Ein Grundsatz, der übrigens bis heute in Assoziationen mitschwingt, wie denen, dass Indizien eben besonders unzuverlässig seien oder eben zu viel Ambivalenz erzeugen würden und Ähnliches. Die Debatte um Indizien lässt sich rechtshistorisch sehr gut verfolgen am jahrzehntelangen Schlagabtausch zwischen Befürwortern und Gegnern von Indizien. Die zentrale Diskussion zieht sich etwa von 1740 bis in die 1840er Jahre. In diesem Streit preisen die Befürworter die akkumulierbare Objektivität und die neutralen Fakten, die Indizien liefern. Die Gegner hingegen bemängeln die Fehleranfälligkeit von Indizien und zudem die Entsubjektivierung des Verfahrens, da es eben ohne Zeugen und ohne Geständnis operiert werden soll. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts konstituiert sich eine dauerhafte Lösung. Mit der sogenannten freien richterlichen Beweiswürdigung wird eine Art Kompromiss erzielt. Dem Material, also das heißt dem Indizien, wird jetzt ein rechtskundiger Interpret zur Seite gestellt, das ist natürlich der Richter, der die Indizien eben als relevant oder irrelevant würdigt. Die Schlussfolgerungen, die dieser richterliche Interpret aus allen ihm vorliegenden Indizien eben zieht, diese Schlüsse dienen dann als Grundlage für ein Urteil. Juristisch ist dies aber erst ab 1846 der etablierte Weg, aber bereits um 1800 wandern die Indizien langsam in neue strafrechtliche Kodifikationen ein. Das Besondere an Indizien ist ja, dass von ihnen auf etwas, das mit der Tat zu tun hat, eben geschlossen werden kann. Über dieses Schließen auf nicht unmittelbar Gegebenes sind Indizien dann bereits 1805 in der preußischen Kriminalordnung bestimmt und gelten hier durchaus als Rechtsmittel, aufgrund dessen zumindest bestimmte Urteile gesprochen werden können. Die Argumentation, die schon 1805 bemerkenswert ähnlich übrigens formuliert ist wie heutzutage, gründet juridisch und zeichenlogisch in einem Sprung, nämlich dem Denkprozess. Das heißt also, ich schließe von dem blutigen Messer, dass jemand, der sich über eine Leiche beugt, in der Hand hat, auf dessen Täterschaft. Das stimmt oft, stimmt oft aber eben auch nicht. Und das ist natürlich das Problem und gleichzeitig aber auch die Potenzialität und das, was dann im Grunde erst den Plot und das Spannende der Geschichte womöglich ausmacht. Dieser Denkschluss ist nun mit einer Vor- und Nachzeitigkeit versehen. Das Schließen auf nicht mehr Sichtbares, also Retrospektiv, oder auf etwas noch nicht Geschehenes, Prospektiv, wird über Indizien um 1800 ins Strafrecht einbezogen. Auch vor Gericht ist es eben wichtig, eine gute Geschichte erzählen zu können. Narrativ funktionalisiert werden deshalb die hermeneutischen Potenzen des Indizes, bereits seit der Antike. So verstand sich das römische Recht als rhetorisch-öffentliche Aushandlung. Cicero beispielsweise empfiehlt einfach je nach Sachlage, entweder auf den hohen Wert von Indizien zu verweisen, oder aber im umgekehrten Fall, deren argumentative Instabilität zu betonen. Historisch gesehen werden Indizien also um 1800 nicht eigentlich erfunden, sondern im Grunde in ein altes Recht neu eingesetzt. Zeitstruktur und Zeichenfolge von Indizien. In gewisser Hinsicht schreibt sich die noch heutige gängige Assoziation der Indizien mit einer gewissen Ambivalenz von der antiken Rhetorik her, die jedoch keine Relativierung von Indizien als Rechtsmittel kennt, sondern sie dort schlicht als Teil der rhetorischen Ordnung führt. Erst im juridischen Diskurs der frühen Neuzeit bis hinein ins 19. Jahrhundert wird mit dem Indiz vor allem Künstlichkeit, Uneigentlichkeit und Gemachtheit assoziiert, was mit seiner juristischen Degradierung, wenn man so will, in der Karolina und der nur mühsamen Rehabilitierung im reformierten Strafprozess um 1800 verbunden ist. Soweit also nochmal zum Rechtsstatus von Indizien. Komplex wird das Indiz allerdings noch auf einer weiteren Ebene, wenn man nämlich nach der Zeitlichkeit sowie der Art und Weise des Schließens selbst fragt. Schließen wir also, um ein Beispiel von Quintilian aufzunehmen, von Mord auf blutige Kleider bedienen wir uns also der Deduktion oder schließen wir umgekehrt von der blutigen Kleidung auf ein Mord, also qua Induktion, oder aber müssen wir unsere Hypothesen nicht vielmehr mit Blick auf die Lebenspraxis über Ähnlichkeit und Analogie konstituieren. Müssen wir also nicht vielmehr unsere Wahrnehmung, Annahmen und Tatsachen immer wieder abgleichen, um jetzt hier in diesem Beispiel eben Mord und blutige Kleidung in einen schlüssigen Zusammenhang zu bringen. Die Frage nach den Eigenschaften von Indizien als Zeichen, ihrem referenziellen sowie zeitlichen Verhältnis zueinander und daraus zu erschließenden Bedeutung, bleibt konstitutiv gebunden an die Frage nach dem Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit. Und das heißt eben beim Indiz auch die Frage nach der methodischen Erschließung über Konjunktur und Abduktion. Die Konjunkturale Schlusslogik ist eine Art Zwang zur interpretatorischen Freiheit. Sie produziert durchaus Schlüssiges, jedoch erweisen sich die Ergebnisse dieser Schlüsse nicht immer als zutreffend, sondern, und dies ist nun gerade für die Literatur ungemein zuträglich, eben auch als Irrtümer. Dies ist oft genau dort der Fall, wo das Erzählen oder der lesende Nachvollzug auf das hermeneutische Schließen ein bisschen zu sehr vertraut. Dabei ist die Frage nach dem Verhältnis von Zeichengebrauch und Zeichenlektüre ganz entscheidend. Ob ein Indiz also, nämlich als Anzeichen, meistens eben eines Verbrechens, überhaupt wahrgenommen, dann als Indiz qualifiziert und des Weiteren interpretiert wird, hängt maßgeblich davon ab, ob und von wem dieses Zeichen benutzt und gelesen wird. Die erste Frage, ob ein Zeichen als Indiz für einen bestimmten Zusammenhang relevant wird, möchte ich als Liminalität von Indizien diskutieren. Die Liminalität von Indizien bezeichnet in Anlehnung an den Begriff von Hennep und Turner denjenigen Schwellenzustand, der Indizien als relevant und irrelevant zugleich markiert, also noch bevor sie in einen spezifischen Zusammenhang eingelesen werden. Ihre Liminalität bedeutet, dass sie grundsätzlich zunächst einmal keinen definiten Status und keinen definiten Kontext haben, sondern beides erst hergestellt werden muss. Das Indiz ist also zunächst einmal Möglichkeit bzw. Möglichkeiten. Die den Indizien anhaftende Zuschreibung von Unsicherheit schweißt sich eben nicht zuletzt aus genau dieser liminalen Konstitution. Der Umstand nun, dass Indizien erst von außen dazu bestimmt werden müssen, eine bestimmte Referenz auf einen Zusammenhang zu bilden und sie ihre Zuordnung und ihren Status nicht eigengesetzlich, also nicht autonom hervorbringen beziehungsweise in sich tragen, lässt sich im Anschluss an ihre Liminalität zudem als Heteronomie von Indizien markieren. Die Überführung von Indizien aus ihrem Zustand der Möglichkeit, also der Liminalität, in eine bestimmte Wirklichkeit ist also ein den Indizien äußerlicher Akt. So könnten beispielsweise Fußspuren, besonders große oder besonders kleine, besonders tiefe und so weiter, an einem Tatort mit einer Tat zusammenhängen, zwingend ist dies aber keineswegs. Ein Beispiel für eine gelingende Verknüpfung von Tathergang und Täter über ein an sich völlig nichtssagendes Indiz referiert beispielsweise Kleist in anekdotischem Ton in seinen Berliner Abendblättern. Hier wird nämlich der Anführer der Mordbrennerbande anhand einer Pfeife den Fest gemacht, weil eben diese Pfeife von einem Wachsoldat als Besitz seines ehemaligen Arbeitgebers und deshalb als gestohlen erkannt wird. Nichts als dem Zufall, so Kleist, ist es hier zu verdanken, dass der an sich bedeutungslose Gegenstand Pfeife zwei miteinander zeitlich nicht korrelierte, voneinander unabhängige und nichtsdestotrotz kausal sich bedingende Ereignisse verknüpft, nämlich den vorangegangenen Diebstahl und den Umstand, dass die Pfeife nun in der Hand eines Fremden auftaucht. Diese Verknüpfung allerdings, und das ist für das Schlussverfahren letztlich genauso relevant, kann zugleich nur über das vorgängige Wissen des Beobachters um die Provenienz der Pfeife geleistet werden, das eben ein Wiedererkennen und damit die Ad-Hoc-Qualifikation zum Indiz überhaupt ermöglicht. Indizien zu lesen, bedeutet demnach sowohl eigene als auch fremde Kontexte sowie zeitlich determinierte Sequenzen von Ursache und Folge möglicherweise kausal umzukehren und wiederum antizipatorisch zu verknüpfen. Das heißt, prospektiv wie retrospektiv in allem auf eine womöglich nur noch nicht evidente Bedeutung gefasst zu sein. Wer im Zeichen des Indizes schlussendlich zum Agent und mit welcher Agenda wird, entscheidet eben nicht schon das Indiz to sex, sondern immer erst seine liminale Konstitution als Möglichkeit und seine heteronome Zurichtung als Wirklichkeit. Dies wiederum kann gewollt oder vermieden werden wollen. So Renate Lachmann, Zitat Während der Spurenleser das Kontingente zum Zeichen macht, schließt der das perfekte Verbrechen Organisierende alles, was Zeichen werden kann, aus, indem er alle wahrscheinlichen Hindernisse einplant. Das dennoch notwendig eintretende Unwahrscheinliche ist für den Täter Kontingenz, für den Detektiv Chiffre. Diese weitere Möglichkeit führt unmittelbar auf die oben formulierte zweite Frage, nämlich durch wen und unter welchen Umständen das Zeichen, beispielsweise den Fußspuren, als Indiz qualifiziert und interpretiert werden. Wer also überführt das Indiz aus der Wirklichkeit der Liminalität in eine der vielen möglichen Wirklichkeiten? Denken lässt sich beispielsweise an einen Untersuchungsrichter, der ein natürliches Zeichen, beispielsweise Fußspuren, an einem Tatort findet und sie als Indiz in einen Tathergang einliest und so auswertet. Wodurch er nichts weniger als ein künstliches aus dem originär natürlichen Zeichen generiert und dies ohne, dass sich die Natur des Zeichen Fußspurs selbst geändert hätte. Ebenso aber kann beispielsweise ein Täter, denkt man im Horizont jetzt von beispielsweise kondiaks-mimetischem Zeichengebrauch, die Fußspuren platziert oder manipuliert haben, um eben eine alternative Lesart des Zeichens zu evozieren und damit das eigentlich natürliche Zeichen der Fußspur als immer schon künstliches, nämlich intentionales zu gebrauchen. Für die semiologische Qualifikation von forensischen Indizien gilt daher, dass sie situativ und intersubjektiv dependent ist und Indizien daher natürliche und künstliche Zeichen zugleich sind. Und dies gilt für alle Zusammenhänge, in denen Indizien eine Rolle spielen, das heißt in juridischen und kriminalen natürlich, aber eben auch in beispielsweise medizinischen, semiotischen, aber eben auch literarischen Kontexten. Darauf komme ich auch gleich zu sprechen. Diese Doppelstellung des Indizes an den Rändern von Material und Narrativ markiert eben eine Schnittmenge von mittelbaren und unmittelbaren Schlüssen von natürlichen und künstlichen Zeichen. Denn einerseits eignet die Mittelbarkeit dem Indiz in seiner Funktion als Anzeichen in einem Möglichkeitsraum und methodisch zeigt sich dies als konjekturales Schlussverfahren. Indizien werden also nicht als solche vorgefunden, sondern durch abduktive Operationen Theoriegeleiteten Schließens und Schätzens allererst hergestellt. Ein Umstand, der sich über eben die Liminalität und Heteronomie von Indizien beschreiben lässt. Zugleich aber betont andererseits die Qualifikation des Indizes als natürliches Zeichen den kausalen Nexus zwischen Indiz und Indizierten, also diese Logik von Rauch- und Feuerbrötterbedienst. Und dadurch wird eben die Unmittelbarkeit von Indizien betont. Das Indiz beruht dann semiotisch auf einem realen Nexus zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten, der in der Verbindung von Denkschluss und Materie erzählbare Sinnstiftung verspricht. Das Indiz steht so an dieser Stelle der Unmittelbarkeit gewissermaßen für das Geschehen in Nuke. Und hier schließen sich dann auch Diskussionen eben zum Verhältnis von Zeichenhaftigkeit und Material an, die natürlich gegen so eine perpetuierte Verweisstruktur der Zeichen argumentieren und sowas wie Resilienz und körperhafte Dinglichkeit und so weiter in Anschlag bringen. Als dem Indiz genuines Verfahren kommt also dem Denkschluss die entscheidende Rolle zu. Das konjunkturale Schließen auf nicht unmittelbar Gegebenes, insofern es nicht mehr das heißt retrospektiv oder noch nicht prospektiv präsent ist. Interessant ist dabei eine Art doppelte Zeitlichkeit der Indizien. Einerseits verweisen sie generell in ihrer Funktion als Anzeichen auf ein entweder zurückliegendes oder vorausliegendes Geschehen, das erschlossen, zugeordnet, selektiert und gedeutet werden muss. Die Bedeutung aber kann auch eine jeweils ganz andere sein. Und andererseits liegt diese Funktion immer schon eine Deklaration zum Indiz voraus. Nur was im Zusammenhang mit einer Tat gebracht und für relevant gehalten wird, kann auch zum Indiz erklärt werden. Diese Relevanz wiederum hängt von der Plausibilität der Rekonstruktion des Geschehens über mögliche Indizien ab. Hier verschränken sich also Möglichkeit und Wirklichkeit am Indiz und dies jeweils im Plural. Diesem konjunkturalen Modus der Faktur aus Folgerung und Selektion ist die zeitlich eigentümliche Inversion eben von permanentem Vorausschauen und Rückschließen inherent, die eine permanente Rückkopplung von Setzungen und Prüfungen von Hypothese und Affirmationen von Vergangenem mit Zukünftigen verlangt und dabei immer andere Deutungslagen zu evozieren vermag. Berühmt wird dieses ebenso spekulative wie stabilisierende Überzeugungsverfahren über ebenso einen plausibilisierenden Abgleich als Abduktion in den Überlegungen Charles Sander Perth. Bekannt ist es allerdings seit der Antike. Abduktion von Möglichkeit zu Wirklichkeit zu Möglichkeit. Als ein ins Verhältnis setzen von Wahrnehmung, Gewohnheit und interpretierendem Schließen führt die Abduktion allgemein die menschliche, aber eben auch die wissenschaftliche Erkenntnis über eine Art Raten, Persönliches Guessing, zu nicht zwingend notwendigen, aber eben sehr wahrscheinlichen und oftmals kreativen Schlüssen. Abduktion als Hypothesenbildung, die sich zentral über Wahrnehmungsprozesse, darunter auch Instinkt oder Eingebung, im Abgleich von Ähnlichkeiten und Wahrscheinlichkeiten konstituiert, findet sich als pragmatisches Enthymien bereits bei Aristoteles und ist daher also keine Erfindung von Perth, durch den sie aber natürlich bekannt geworden ist. So Perth nochmal, Abduktion ist keine Beweisführung, sondern eine prozessuale Praktik des Suchens und Findens und Weitersuchens. Ähnlichkeitsrelationen, Perth nennt es Resembrance, spielen von Aristoteles über Augustinus, Lessing und Herder bis zu Perth als indexikalisches, meist als natürliches, teils aber auch als künstliches Zeichenverhältnis und der daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ziehenden Schlüsse eine ganz zentrale Rolle und bilden eben jenen Symiotik-Diskurs, der für die Indizien so relevant ist. Der abduktive Denkprozess zeigt sich als flexibler Vorgriff auf einen logischen Begründungszusammenhang, der sich im Verlauf des infiniten Interpretationsprozesses als gültiger erst noch erweisen muss. Abduktion funktioniert gewissermaßen indizienmethodisch aus Überzeugung, das heißt, kausal und konjektural zugleich, natürlich und künstlich zugleich, wirklich und möglich zugleich. Genau diesen abduktiven Operationen des Schließverfahrens ist es geschuldet, dass man Indizien also eben nicht nur vorfindet, sondern erst herstellt, indem Indizien als solche überhaupt taxiert werden. Das Indiz selbst wird also über eine doppelte, das heißt, vorgängige und nachfolgende Zeitlichkeit konstruiert, um dann in seine Funktion des ebenfalls zeitlich doppelten, prospektiven oder retrospektiven Verweisens einzutreten. Im Feld der Indizien ist das Verhältnis von Zeichengenese und Zeichenlese so stets durch die abduktive Schlusslogik von Vor- und Zurückschalten konstituiert und führt über die Kontexte von Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit mitten hinein in eine zeitlich bedingte, aber ebenso semiotische wie juridische und philologische Hermeneutik. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, der eben Möglichkeit und Wirklichkeit anhand von Indizien jetzt auch konkret, und das heißt natürlich literarisch, vorfühlt. Also, literarische Indizien lese in Kleist's Hermannschlacht. Gerade der Heinrich von Kleist's Texte zelebrieren in Kleist's Texte zielen in einer rechtshistorisch prekären Situation des sich in Preußen strafrechtlich erst etablierenden modernen Strafprozesses auf die Unzuverlässigkeit in der Auswertung und den referenziell unsicheren Status von Indizien. Seien es Wahrnehmung, Kommunikation, Klassifikation oder intelligible Operation der Sinnstiftung bzw. eher deren Misslingen, auf all diesen Ebenen gerät bei Kleist der Übergang zwischen Zeichenvollzug und Zeichendeutung zu oft katastrophischem Klimax. Nicht selten sind es dabei die Dinge, die ein Verkennen oder Erkennen von Absichten, Situationen, Personen und Handlungen verschulden und so als indizienlogische Überführungsstücke agieren, meist mit ziemlich fatalen Folgen. Eine dieser über Ding-Indizien erzähl- und lesbare Geschichte im Werk Kleist ist eben die Hermannschlacht. Kleist nutzt hier für die dramatische Dynamik ein prognostisches bzw. prospektives Indizienverfahren, in dem Indizien ausgelegt werden und erst gelesen werden müssen. Beispielsweise Schroffenstein, das macht er sehr genau umgekehrt, hier läuft die Geschichte über anamnestische Indizien, also in der retrospektiven Richtung der analytischen Aufklärung. Die Hermannschlacht bewegt sich historisch und juridisch auf doppeltem Boden. So führt das Drama eine interlineare Klage über die Zustände der napoleonischen Besatzung unter dem antikisierenden Mantel der römischen Kolonialherrschaft. Damit spielt die Hermannschlacht auch auf der strafrechtlichen Bühne eben des römischen Rechtes und favorisiert in der Person ihres Helden die Wirkmacht des indizierten Denkschlusses. Denn Hermann kennt, selbst römisch kultiviert, nicht zufällig seinen Cicero, wie es im Text heißt. Dass diese Rechtspraxis ein Text Kleist nicht ungebrochen affirmieren wird, lässt sich anhand der Indizien im Folgenden skizzieren. Hermann Schürst der Chiruska ist ein erklärter Freund der Anlage. Seine Handlungsstrategien folgen allesamt einer Keimzellenlogik, aus der heraus sich das von ihm Angelegte entwickelt und bei adäquater Zurechtung zum geplanten Zeitpunkt in der gewünschten Form zur Blüte gelangt. Diese von ihm erzeugte entelechische Illusion generiert die nötige Überzeugungskraft sowohl bei den germanischen Stämmen als auch bei der eigenen Gattin. Beschreiben lässt sich dieses Vorgehen Hermanns auch als Indiziendramaturgie. Kleist stellt damit die in der juridischen Diskussion um 1800 noch recht hoffnungsvoll als objektiv gehandelte Indizien als manipulierbar und manipulierend aus. Dabei sind es vor allem Dinge, die einerseits als zugerichtete Objekte, andererseits als die Situation zurichtende oder das Umfeld beeinflussende Zeichenträger eingesetzt und so allererst zu Indizien gemacht werden. Zwei für den Handlungsgang entscheidende Ding-Indizien sind in der Hermannsschlacht der Dolch und die Locke. Beide Objekte werden im dramatischen Kontext bedeutsam, indem sie geradezu im Sinne Latours zu Akteuren werden. Als solche Aktanten beeinflussen sie mit hochgradig ambivalenter Wirkung das Geschehen, wobei eben Handlungszusammenhänge über Deutungszusammenhänge vorangetrieben werden. Hier werden Wirklichkeiten zu Möglichkeiten aufgefächert und dies, indem Dinge zu Indizien gemacht werden. Der Dolch Mit dem Einsatz von bestimmten Gegenständen untermauert Kleist die Materialität von Indizien in Abgrenzung zu ihrer Repräsentationalität. Dadurch wird hier das Natürliche der Zeichen ihrer referenziell-metonymischer Nexus allererst betont. Wenn beispielsweise im Drama wirkliche Dolche vorkommen, können diese entweder zur tödlichen Waffe werden. Das geschieht beispielsweise in der Halli-Episode. Sie müssen dies aber nicht. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen, das ist beispielsweise in den Verhandlungen mit Barrow der Fall. Wenn hingegen die symbolische Aufladung des Dolches sozusagen überschrapaziert wird, das heißt eben eigentlich keine tatsächliche Handhabung der Waffe beabsichtigt ist, sondern der Dolch hier lediglich um Zusicherungen sprachbildlich zu untermalen von einer Figur sozusagen ins dramatische Feld geführt wird, kehrt sich diese Dingmacht oftmals tatkräftig gegen denjenigen, der sie bloß metaphorisch deutet. Und damit, wie das so ist bei Kleist, eben missdeutet. Zeigen lässt sich dies beispielsweise an folgender Szene, wenn nämlich Ventidius gegenüber Varus die Treue Hermanns beteuert. Die Frage von Varus, ob mit dem Chiruska, Zitat, im Rücken auf nichts zu befürchten sei, meint Ventidius entkräften zu können. Er sagt, so wenig wiederhole ich dir als hier von diesem Dolch in meinem Gurt. Dieser so gewissermaßen metaphorisch losgelassene Dolch kehrt allerdings eben dort, nämlich im Rücken des Varus zurück und nun als gewissermaßen manifester Dolchstoß. Denn im Finale steht dann Marbot vor den römischen Truppen und hinter ihnen steht zugleich Hermann, um eben die Römer, wie es im Text heißt, mit Dolchen in den Staub zu werfen. Seiner tödlichen Natur gemäß sozusagen und damit eben gerade nicht metaphorisch tritt der Dolch beispielsweise auf, wenn Hermann seine beiden Söhne als Pfand in Marbots Lager schickt. Dies tut er, um seiner brieflich mitgesandten Verhandlungsabsicht Glaubwürdigkeit zu verlagen. Das nackte Leben der Kinder wird so zum Garant für die Wahrheit des Bündnisangebots, das Hermann in einem Schreiben an Marbot übermittelt. Ungedeckter, könnte man meinen, können Zeichen kaum blühen. Es heißt dort, da schickt er den Rienold und den Adelhard die beiden Knaben mir, die ihm sein Weib gebar und diesen Dolch hier, sie zu töten, wenn sich ein Trug in seinen Worten findet. Trotz dieser buchstäblich leibhaftigen Versicherung mittels der ausgelieferten Kinder steht die Szene zunächst unter dem Vorzeichen eines Verdachts, der erstmal ausgeräumt werden muss. Es muss sich also zunächst erweisen, dass die Kinder und damit auch Hermanns Absichten das sind, was sie scheinen. Marbot inszeniert in dieser Szene eine Art kleinen Indizienprozess gegen Hermann in Absentia. Da man das Verhandlungsangebot trotz des menschlichen Unterpfandes und des gleich mitgelieferten Vollstreckungsinstrumentes für eine, Zitat, tückische, verräterischen Versuch hält, betrachteten Marbot selber die Jungen, wie es im Text heißt, aufmerksam. Zitat, er scheint sie darauf hin zu prüfen, ob sie nicht den echten Prinzen ähnlich bloß statt diese selbst sind. Da auch Marbot dem Augenschein nicht traut, gibt er sich den Jungen gegenüber zunächst für seinen Kämmerer aus, doch die Jungen erkennen ihn an einem durchaus klassischen Indiz, nämlich einem Ring. Noch gestärkt wird die Wahrscheinlichkeit der Identität der Kinder mit sich selbst über den Ring, weil sie diesem Ding indiz genaue Informationen zuordnen können. Sie sagen, wo, wann und in wessen Beisein sie diesen Ring zum ersten Mal gesehen haben und wissen übrigens auch, warum Marbot ihn trägt. Zitat, du hättest ein Gelübt getan und müsstest an dem Arm den Ring von Eisen tragen, solange ein römischer Mann in Deutschland sei. In dieser Episode arbeitet Kleist mit dem Grundproblem von Indizien, ihrer Heteronomie. Indizien sollen eben nicht nur hinreichen, einen Hergang ähnlich dem des Geschehens zu rekonstruieren, sondern sie müssen die Wahrscheinlichkeit der Identität von Tatbestand und Nachvollzug über ihre Referenzialität größtmöglich erhöhen. Und dies tun die beiden Knaben, indem sie eben eine ganze Indizienkette knüpfen, deren Elemente sich jeweils auf den wiedererkannten Ring stützen. Dass die Rolle des klärenden, einenden und schlichtenden Elements ausgerechnet ein Gegenstand spielt, dessen runde Hohlform die Spitze des mitgeschickten Dolchs konterkariert, zudem die Geschlossenheit und Stärke des angestrebten Bündnisses in seiner Gestalt, also eben als Ring und in seinem Material eben als Eisen nochmal aufruft und zusätzlich eine genealogische Weitergabe repräsentiert, nämlich die Söhne, die dort eingeknüpft sind, lässt dieser Ring sowohl auf der motivischen Ebene als Indiz, also als Erkennungszeichen, als auch strukturell semiotisch als verbindendes Ding, also als Bündnis zwischen den Germanen und als genealogisches Bündnis gewissermaßen, auch innerhalb der gesamten Dramentektonik entfaltet es seine Wirkung. Also das ist nicht irgendein Indiz, was hier gewählt wird, sondern es stärkt natürlich die ganze Tektonik des Dramas. Bestätigend flankiert wird Hermanns Arrangement aus Bündnisangebot Dolch und Knabenpfand, zudem durch ein weiteres und davon ganz unabhängiges Indiz, nämlich ein Brief, der eintrifft und von dem flüchtigen Fluvius stammt und der dann eben die Verräterei der Römer gänzlich aufdeckt. Von diesem Moment an ist dann die Sachlage auch klar und wie es im Text heißt, keine Zeit mehr für Worte, sondern Marbot wechselt nun aus der Mittelbarkeit in die unmittelbare Tätigkeit über. Er will, Zitat, mit deutlichen Taten die Antwort schreiben. Die Indizienlese hat hier ihr Manifestes Ende, Zitat, in dem Marbot die Kinder freigibt und den Dolch zerbricht. Mit dem symbolisch konnotierten Verbrechen des Dolches ist auch die reale Bedrohung gebrochen und die zweischneidige Situation zur eindeutigen Lesart entschärft. Die Indizien sind ausgewertet und Marbot tritt jetzt praktisch als Exekutive, wie es im Text heißt, das Amt des Schergen an, womit dann diese Art Proto-Indizienverfahren, wie man will, auch als erfolgreich abgeschlossen werden kann. Zitat, wieder eine Szenenanweisung, in dem er mit dem Finger auf den Brief, worin Tosneldas Locke eingeschlagen ist, zeigt, agiert Hermann den Index buchstäblich aus. Der abgefangene Brief an die römische Kaiserin, dem die Locke, dem ursprünglich liebesdevotionale, nun Qualitätsprobe, die Locke liegt diesem Brief bei und zeugt als eindrückliches Beweismaterial gegen Ventilius. Die Locke wird so zum abgetrennten und zugleich teilhaftigen Indiz, das auf Ventilius' Ruchlosigkeit verweist, die Hermann ganz nebenbei ins Spiel bringt. Zitat, Hermann, doch was ich sagen wollte, hier ist die Locke wieder schau, die er dir jüngst vom Scheitel abgelöst. Sie war als Probe deiner Haare schon auf dem Weg nach Rom. Tosneldas, mit diesem Einblick in die römische Kosmetikkultur konfrontiert, wird nicht nur mit Recht bang, Zitat, um ihre Zähne und Haar, sie ist von dem Verrat tief gekränkt, zumal wenn Hermann Tos wendend mit, Zitat, Humor die Möglichkeit durchspielt, dass Tosneldas, Zitat, razzikal geschoren aus dieser Locke-Episode hätte hervorgehen können. Angesichts dieser offenbar eindeutigen Faktenlage gerät Tosneldas nun in einen Gefühlstaumel, der sie von Nichtbegreifenden über Selbstzweifel und Sprachversagen zu Scham und letztlich zur wütenden Vergeltung führt. Zitat Tosneldas, Überlass ihn mir, ich habe mich gefasst, ich will mich rächen. Über die Locke, als Pars pro Toto, wird Tosneldas damit zentraler Teil von Hermanns Indiziendramaturgie, die auch diese Episode mit der Zerreißung von Ventilius durch die Bärin tödlich enden lässt. Eine Locke also mit weichreichenden Folgen. Auffallend in den betreffenden Szenen ist, dass eben beide Dingindizien, Dolch wie Locke, erst in eben dem Moment zu ihrer dramologischen Funktion finden, wenn sie von einem Besitzer oder einem Nutzer zum anderen übergewechselt sind. Dabei stellt dieser Wechsel keine bruchlose Übergabe von Hand zu Hand dar, sondern dem Vorgang inhäriert dann immer eine kurze Zeitspanne, in der das jeweilige Objekt zwischen potenziellen Eigenschaften und latenten Zuschreibungen frei flottiert. Und dies ist ein Zustand der Dekontextualisierung, der eben zwischen Möglichkeit und dann werdender Wirklichkeit gewissermaßen oszilliert. Beide Dinge werden für diesen Wechsel signifikanterweise als Botschaft mit einem Begleitschreiben von einem Absender entsandt und von einer anderen Figur mal korrekt adressiert, wie eben beim Dolch oder aber zufällig beziehungsweise fehlerhaft wie bei der Locke empfangen. Als Amalgam von Unmittelbarkeit und Mittelbarkeit geraten Dolch und Locke dabei in eine liminale Deutungsschwebe, die, wie oben gezeigt, für die Indizien ja symptomatisch ist. Material und Deutungsraum verschränken sich, bleiben aber vieldeutig. Nach dieser Durchgangsphase tendieren beide Dinge in der Rekontextualisierung dazu, eine Werteverschiebung oder gar den metaphorischen Sprung zu verweigern und in einem Feld, das sie nur als sie selbst referenzialisiert, zu agieren. Deshalb müssen beide Dinge mit einem erläuternden Brief zu Einsatz und Funktion versehen werden, der den Deutungszusammenhang qua Lesbarkeit je vereindeutigt und sie ins Zeichensystem der Dramendynamik reintegriert. Dies einerseits konstruktiv, wenn man so will, aber mit Blick auf den Dolch und andererseits destruktiv bei der Locke. Doch auch hier haften beiden Dingen die Ambivalenzen weiterhin an, denn konstruktiv funktionieren Dolch und Locke ja vor allem für Hermann. Jedenfalls nicht für Trusnelda und schon gar nicht für die Römer. Und so wird nochmals deutlich, dass Indizien nicht per se etwas sind, sondern sie immer erst zu etwas gemacht werden müssen. In genau diesem Sinne findet man Indizien also niemals vor, sondern man muss sie immer erst herstellen. So wird der Dolch als potenziell tödliche Waffe von Hermann abgesandt und vom Adressaten Marbot als vertrauensfördernder Teil des Unterpfanns verstanden und performativ entschärft, indem er ihn zerbricht. Der qualitative Wechsel des Objekts Dolch von Zerteilung zu Verbindung wird noch dadurch betont, dass zunächst die beschriebene liminale Phase eintritt. Während der Dauer des Prüfungsverfahrens, also wo es um die Identität der Söhne geht, verharrt der Dolch eine Zeit lang in eben jener unlesbaren Ambivalenz, die einer widerständigen Dinglichkeit und ihrer opaken Handlungsmacht eignet. In dieser Phase der Unentschiedenheit oszilliert der Dolch zwischen Materialiter Eigenheit oder Eigentlichkeit als Waffe und einer semiotisch erst noch zu entziffernden beziehungsweise zu erweisenden Bedeutung. Und damit schwebt der Dolch kurzzeitig zwischen seiner Funktion als letale Bedrohung und der Umkehrung dieser Funktion, nämlich der Vitalisierung eines Bündnisses. Das materiale Ding kann in dieser Szene bei Kleist letztlich als Teil der strategischen Botschaft konstruktiv wirksam werden, gerade weil, so meine These, das dem Dolch innewohnende Risiko im Zuge seiner funktionalen Umwidmung als Eigenart affirmiert und mittransportiert wird. Als ein Telling Object ist der Dolch so allererst konstitutiv für die Einlösung des semiotischen Versprechens seines neuen Kontextes. Ganz anders wiederum rekontextualisiert sich das Geschehen, in dem die Locke wirksam wird. Nachdem Ventidius sie von Tusnelda als metonymisches Liebespfand gefordert hat, gerät die Locke für eine gewisse Zeit aus dem dramatischen Blickfeld und taucht erst in den Händen Hermanns wieder auf. Und dies unter völlig anderem Vorzeichen, genauer eigentlich unter gar keinem Vorzeichen, denn als, wie es im Text heißt, Probe der Haare Tusneldas, die an die römische Kaiserin adressiert ist, weiß dieses Ding nun auf nichts weiter als auf es selbst. Die Locke fungiert nicht mehr als Paars Pototo der abwesenden Beliebten, also als Erinnerungszeichen, sondern lediglich als Paars ihrer selbst, das nur noch darauf verweist, dass sein Ursprungsort ein Meer an identischen Material bietet. Nicht aber etwas ist, das über die Locke als Haar hinausgeht. Die Locke also lässt sich gerade nicht als Erinnerungsobjekt in eine metonymische Zeichenordnung einlegen, sondern evoziert über ihren Wiedereintritt ins dramatische Geschehen nichts als sie selbst zu sein, eben gerade die Katastrophe für Ventidius. Aber auch hier ist die Funktionalisierung eine doppelwürdige. Erstens hatte Ventidius die metonymisierte Funktion der Locke als Erinnerungsobjekt gegenüber Tusnelda nur behauptet. Etwas vorzugeben, allerdings blickt man auf das Werk Schleiß, ist ein nahezu todsicheres Ende der Figur. Zweitens ermöglicht erst die briefliche Einbettung den ebenso aufklärenden wie manipulativen Einsatz der Locke durch Hermann, da sie lediglich in diesem Kontext auf den Verrat von Ventidius verweist. Ohne diese semiotische Kopula zwischen Ding und Schrift können sich die von Hermann gewünschten Wirkungen gar nicht entfalten. Sondern die Locke wäre als Ding to Sec sozusagen potenziell immer Liebesdevotionale und Materialprobe zugleich. Und damit ist sie vor allem opak Oberfläche. Ein Ding also, das die Möglichkeit vieler Wirklichkeiten birgt. Ich komme zum Schluss. Die doppelte Doppeltheit in temporaler Konstitution und Funktion von Indizien erzeugt dabei unweigerlich Konstellationen von gleichzeitiger Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit und damit einen spezifischen Raum unsicheren Wissens. Ein Ort, der solche Formierungsphasen von Wissen abbildet und reflektiert in dem Grauzonen und epistemische Wahrheit Ausgehalten diskutiert und vor allem produziert werden ist natürlich die Literatur. In ihr werden genuin über diskursive Offenheit auch Wissensformen von kurzfristiger eingeschränkter oder womöglich keiner diskursiven Akzeptanz ausgefaltet die traditionelle Positionen in Frage stellen konterkarieren und zur Revision zumindest aber Variation herausfordern können. Literatur wird dabei stets Potenziale der Subversion Aporie und Idiosynkrasie transportieren und nicht der rationalistischen Idiotie verfallen referenzielle Deichses betreiben zu können. Über Form und Funktion der Indizien kann gattungshistorisch wie gattungstheoretisch auch eine Art Vorgeschichte des Kriminalromans als ja immens erfolgreiches und populäres Genre konturiert werden. Das Schreiben und eben auch das Lesen von Literatur kann stets auch als eine Fortsetzung der detektorischen Erkenntnisbeziehungen mit anderen Mitteln gelten, als ein Denken und Beobachten zweiter Ordnung, bei dem die hermeneutischen Modi der Deutung und Schlussfolgerung ihrerseits mitbeobachtet und überdacht werden. Die Indizien bildeten so ein für die Literaturwissenschaft ebenso heikles wie herausforderndes Übergangsphänomen von Höhenkamm-Literatur zu Unterhaltungsliteratur. Über die Spannung zwischen Evidenz und zu besetzender Leerstelle erzeugt das Indiz genau denjenigen Raum eines Deutungsgebots, der die Bindung an ein Material mit der konjektoralen Dynamik einer Möglichkeits- und Wahrscheinlichkeitsoffenheit vermitteln muss. Erkenntnistheoretisch betrifft dieser Umstand einer spezifisch chiastisch referenzialisierenden Zeitlichkeit in mexikalischer Zeichen und der daraus resultierenden Spannung zwischen Evidenz und Hermeneutik sehr generell human- und kulturwissenschaftlich arbeitende Kontexte, die sich immer auch als Verstehenswissenschaften begreifen. Sei dies nun das Recht oder die Psychoanalyse, Medizin, Archäologie, alle Philologien, Theologie, Geschichtswissenschaften und all das. Das Indiz ist hier jeweils erkenntnistheoretisch dynamisiert über eine Art produktiven Deutungszwang einerseits, der einen Sinn ganzes herzustellen angestrebt und andererseits einer gleichzeitig wirkenden Endübersetzung eben als ein Anhalten oder Vor- und Zurück Schalten bei der Interpretation. Durch ein solches Innehalten wird auf der Latenz des jeweiligen Wissens beharrt und auf die stete Möglichkeit des eben auch Nichtverstehens verwiesen. Hierbei nicht einer Metaphysik der Unbestimmtheit oder einer Verabsolutierung der Unentscheidbarkeit das Wort zu reden ist mit Blick auf die volatile und hierastische Zeitlichkeit der Indizien gerade für ein Spezialwissen der jeweiligen Konjunkturalwissenschaft mal leichter oder sagen, dass das im Recht so ist manchmal aber eben auch schwerer und das scheint mir in den Philologien der Fall zu sein. Dies ändert aber nichts an der gewissermaßen existenzphilologischen Konstitution aller dieser Felder denn es sind Felder voller Indizien und das heißt hier sind Deutungen Entscheidungen und Entscheidungen sind Deutungen. Vielen Dank.